Der Großteil dieses Trainings ist praxisorientiert. Das heißt, wir werden Themen im Kontext des eigentlichen Produkts behandeln, anstatt viel Zeit mit abstrakten Diskussionen über Systemkomponenten zu verbringen. Die Grundannahme dabei ist, dass Sie den Wert von Konversationsautomatisierung bereits verstehen und die Antwort auf diese Frage, warum Chatbots und Voicebots, kennen. An diesem Punkt gilt Ihr Interesse eher der Frage nach dem Wie, aber ein gewisses konzeptionelles Verständnis ist wichtig. Und während Sie die anderen Trainingsmaterialien durchgehen, können Sie durch einen gelegentlichen Blick zurück auf dieses Video feststellen, wie sich Ihr Verständnis verbessert hat. Dieses Video gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Bausteine automatisierter Konversationen und vermittelt einige Konzepte, die uns im weiteren Verlauf des Trainings immer wieder begegnen werden. Und das sind sie. Wir werden über Endpoints, Intents, Slots, Flows und Extensions sprechen. Endpoints sind der Ort, an dem Konversationen beginnen. Konversationen können über Sprach- oder Chatkanäle gestartet werden. Für Sprachkanäle arbeitet Cognigy mit führenden Telefonie- und Contact-Center-Anwendungen zusammen, damit Nutzer nach telefonischer Kontaktaufnahme mit einem Kontaktcenter die Möglichkeit haben, ihre Interaktion ausschließlich über einen automatisierten Agenten abzuwickeln. Für Chatkanäle bietet Cognigy eine Vielzahl von Endpoints, von einem Webchat auf ihrer Website, über SMS, bis hin zu Facebook Messenger und interne Kanäle wie Teams, Slack und Skype for Business. Wenn Cognigy eine Eingabe von einem Nutzer erhält, wird diese von unserer branchenführenden Sprach-KI verarbeitet. Die Natural Language Understanding Engine, die aus einer frei formulierten Nutzereingabe die jeweilige Absicht des Nutzers extrahieren kann. Die NLU besteht aus zwei Komponenten, Slots und Intents. Werfen wir zunächst einen Blick auf Slots. Slots sind Kategorien von Wörtern, die einer Nutzeräußerung Bedeutung verleihen. Wenn ein Nutzer beispielsweise sagt, ich möchte eine vegetarische Pizza mit extra Käse bestellen oder ich habe vor einer Stunde eine Pizza über mein Konto derrick-at-cognigy.com bestellt, kann Cognigy erkennen, dass Pizza eine Speise, Käse ein Belag und derrick-at-cognigy.com eine E-Mail und vor einer Stunde eine Zeitdauer ist. Slots ist ein Fachbegriff aus dem Themenkomplex NLU. Aber stellen Sie sich Slots einfach als Kategorien vor. Wenn ich sage, dass Pizza eine Slot-Übereinstimmung für Speisen ist, meine ich, dass Pizza zur Kategorie Speisen gehört. Das ist wichtig, da die NLU möglicherweise versteht, dass der Nutzer etwas bestellen will, sie aber auch in der Lage sein muss, zu erkennen, was genau der Nutzer möchte, nämlich eine Pizza mit extra Käse. Einige Slot-Typen sind themenspezifisch wie Pizza und all ihre möglichen Beläge. Andere Slots sind konzeptioneller oder musterbasierter Art, wie Zeitangaben, E-Mails, Zeitdauern oder Temperaturen. Zeitangaben können zum Beispiel als Morgen, Freitag, der 23. oder nächste Woche angegeben werden und dabei doch alle dasselbe ausdrücken. Diese konzeptionellen oder musterbasierten Slots sind in Cognigy bereits integriert. Die themenspezifischen können hingegen für Ihr Unternehmen einzigartig sein. Egal ob Fluggesellschaft, Autoteilehersteller, Pharmaunternehmen oder Pizza-Restaurant. Sie verwenden Produktnamen und Geschäftsprozesse, die individuell auf Sie zugeschnitten sind. Ein weiterer Bestandteil und wohl auch der Hauptbestandteil von NLU sind Intents. Ein Intern spiegelt wieder, was der Nutzer eigentlich meint. Er ist die Kernaussage seines Satzes. Wenn der Nutzer sagt, ich möchte eine vegetarische Pizza mit extra Käse bestellen, dann ist die Kernaussage, dass er eine Pizza bestellen möchte. Wenn der Nutzer fragt, warum seine Bestellung noch nicht angekommen ist, besteht die Kernaussage darin, dass er eine Beschwerde äußert. Für viele ist die Intent-Erkennung das Herzstück der Konversationsautomatisierung. Wenn ein Nutzer ihr Contact Center anruft, stellt er eine Frage und es ist unmöglich vorherzusagen, was er dabei letztlich sagen wird. Den Intent, also die Absicht eines Nutzers zu erkennen, auch wenn er sich auf eine Weise ausdrückt, die sie möglicherweise nicht erwartet haben, ist der Schlüssel zur erfolgreichen Beantwortung einer jeden Nutzeranfrage. Kurz gesagt, wenn Sie die Frage des Nutzers nicht verstehen, können Sie auch keine gute Antwort geben. Die Fähigkeit, den Nutzer-Intent zu erkennen und Slot-Übereinstimmungen zu identifizieren, hilft Cognigy, den Nutzer zu einer hilfreichen Antwort zu führen. Die Beantwortung einer Nutzeranfrage erfolgt in Flows. Häufig werden Flows auch mit Begriffen wie Fulfillment oder Dialogverwaltung beschrieben. Im Grunde geht es um die Frage, wie wir, jetzt da wir wissen, was der Nutzer will, seiner Anfrage auch entsprechen können. Die Antwort an den Nutzer könnte lediglich in der Bereitstellung von Informationen bestehen. Wenn der Nutzer sagt, haben Sie eine vegetarische Pizza? Könnten Sie einfach antworten, ja, wir bieten sowohl vegetarische als auch vegane Pizza-Optionen. Manchmal kann die Antwort auch eine Folgefrage beinhalten. Wenn der Nutzer sagt, wie sind die Öffnungszeiten Ihres Restaurants, könnte ich nachfragen, welche Standorte er meint. Die Automatisierung von Konversationen ist am effektivsten, wenn sie auf Daten aus anderen Systemen zugreifen kann oder Nutzer bei der Durchführung konkreter Aktionen unterstützt. Wenn also ein Nutzer sagt, ich möchte eine vegetarische Pizza bestellen, versteht der Bot den entsprechenden Intent und gibt eine Bestellung in ein Bestellmanagementsystem ein. Wenn der Nutzer sagt, können Sie meiner Bestellung eine Flasche Wasser hinzufügen, kann das System die ursprüngliche Bestellung des Nutzers finden und einen zusätzlichen Artikel ergänzen. Cognigy bietet standardmäßig eine breite Palette integrierter Verbindungsoptionen für gängige Unternehmenssysteme und Automatisierungsplattformen. Wir ermöglichen auch eine einfache Entwicklung von Integrationen für Systeme, von denen wir bisher noch nie etwas gehört haben, wie zum Beispiel ein selbstentwickeltes System zur Verwaltung von Pizzabestellungen. Wir nennen diese Verbindungsoptionen Extensions. Wiederholen wir noch einmal kurz. Wenn meine Freundin Laura eine Pizza bestellen möchte, beginnt sie damit über einen Kanal wie einem Webchat oder einem Telefonanruf. Cognigy versteht ihre Absicht, eine Bestellung aufzugeben, sowie die einzelnen Elemente ihrer Bestellung, wie die Art der Pizza und ihre Beläge. Cognigy formuliert dann eine Antwort, wobei dynamische Informationen wie der Gesamtpreis der Bestellung ergänzt werden und übermittelt diese Antwort dann.